so an der stelle gibt es auch vielleicht nahtlos weiber ich habe einen plan das ist italien das sieht nicht mehr wie die erde ja ja alles gut empfange nachricht ja ja das kennen wir schon alles oder die aliens haben es verobern oder zerstören ja alles gut also ich würde noch mal mit euch rüber fliegen wollen und dann müssen wir wirklich mal gucken ob wir irgendwie den weg finden daran zu kommen es ist doch denke ich mal sehr viel glückabhängig war von den beiden seiten gewinnt das kann ich mir zumindest so vorstellen wir haben auf dem gelände des haupt stützpunkt einheiten ja ja lasst mich erst mal in ruhe feindliche basis in sicht was sie vielleicht noch machen oder versuchen könnte ist hier oben das portal zu kennen das zumindest eins von denen stichwort dass die technologie nicht mehr nutzen können es ist eine gute idee finde ich stört einheit geordnet der weg ist w dadurch er denen man mithelfen die oberen taten ja auch eine basis ok ich verstehe wo das nur wahrscheinlich nicht nein ihr seid doch sich die idioten bitte einmal lagen ja schädelte bereit entschlossen was jetzt die schwingen von hart du fliegst da rüber und du fliegst hier rüber und dann warten wir einfach mal ab hier ist zu viel los wir müssen einen anderen weg finden ich meine wir könnten dem selite truppen ja ich meine wir könnten denen auch ein bisschen helfen hauptquartier hier ist infanterie truppet wir haben auf dem gelände des haupt stützpunkt nordeinheiten geordnet wie sollen wir vorgehen die schwingte einheit geordnet aha das passt schon irgendwie wir sind ja bloß auf der durchreise und ich glaube wenn so ein trieb äh so ein juggernaut oder so ein trieb fortfällt den hole ich mir jetzt beides sind relativ starke einheiten und es muss ja nicht alles schlecht sein hol dir mal den juggernaut ernsthaft das reicht schon zu nur wo ich das das ding hier habt doch eine macke eine riesengroße macke jungs ich bin ganz ehrlich ich bin hier ich schicke die gute dame nach oben und wenn ihr oben die trieb wird zu kommen kenne ich die trieb wird einfach punkt bzw ich kenne ihn ja gleich so wie er ist wenn die gute dame es noch rechtzeitig schaffen würde bevor sie ich habe nur nicht so viele einheiten verlieren das ist das ist der co in der sache bleibt einfach mal stehen da haut schon von alleine ab also renn mal bitte hoch die falsche basis in sicht die öffnen sei ich am tutra sind wir dann wir ganz wir unterstützen euch ich brauche auf jeden fall eine geldquelle gleich von anfang an mit weh mittel ich finde doch gleich so mit wo ihr blitzton wenn ihr den vielleicht mal angreifen machen wir damit kaputt ich helfe euch mal mit feindliche einheiten in sicht einfach weil es geht einfach weil es geht hier ist meine karte ich kann ähm komm mal her du stell uns mal oben hin ja ich bin hier ich war in den schutzpunkt könnte ich auch so einfach holen glaub ich kommst du hin lang dann will ich halt nochmal aus ist doch nicht so schlimm trauen sie mir kann ich eigentlich die shadows das würde mich jetzt mal interessieren hier hinten runter lassen ähm ne ich muss leider auf die sturmselle hoffen schade sehr sehr schade ne das ist doch schön geh mal hier runter hol dir mal die kisten die einheiten in sicht aber nehmen da oben ja nix ein und jetzt laufen die alle hier hoch und mal weil das mit die basis kennen dann sind sie wirklich dämlich ja hallo liebe waren solche ja ich brauche da um die abatare ja oder vertrieb einmal von beiden medikamentenkiste veteran wie ist der plan oder die zwei veteranen kisten ich verstehe dann komm da mal mit hoch nur durchschützen die gd bei ihrem vorhaben dann bringen wir das ding hier runter und dann bunkern wir uns hin zu sein das ist doch ein plan ne ich höre mädel wo bist denn du ja bist bei dir eins ich kann ihnen helfen jetzt weh ich weiß auch nicht was die gd treibt wenn wir ähm das da einnehmen jetzt müsste ich halt eben auch nochmal rausfinden ich regne das du bist eben nicht mädel vertrauenseinhalte es ist unmöglich oh nein warum warum vertraue ich immer auf diese naja ok das war schon viel zu spät hier kommen mich ja die ganzen tripods ähm bitte mal von hier laden ok wir müssen natürlich einen vorsprung verschaffen ähm was soll ich machen mädel komm mal mit und den tripods da würde ich mir auch gleich äh wieder einheimsen ich verstehe es ist zu viel los wir müssen einen anderen weg finden ich höre komm mädel das schaffst du das schaffst du also rechtzeitig na na geht's oder du brauchst'n beide hat die jetzt die gd angegriffen positiv ich verstehe werfst du mich an nein sehr schön was gibt es das finde ich super lassen sie sich zeit mit exklusiven grüßen machen wir bitte kaputt die machen ja gar nichts gegen mich persönliche zustellung von wegen die machen nichts gegen mich ok ich verstehe du greifst du bitte niemanden an und gehst nach hause erstmal sie greifen die basis an Nordtruppen gelten ab sofort als Bedroh ok nochmal laden ach das ist nervig ich sollte die troller wirklich dazu bringen um nicht auf die Sachen zu schießen du hilfst mir mal kurz mit den Tripod hätte ich ganz gern hol dir mal den Tripod machen wir nicht jedenfalls weg so jetzt hätte ich ganz gern diesen Tripod da aber zuallererst speichere ich jetzt erstmal ab äh Tripod hätte ich ganz gern nein 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 du gehst da nicht rein wo ist denn der Ingenieur oder ist da? er ist der Saboteur versteht sich du bist mal bitte passiv und du gehst mal nach hause ganz ehrlich wie ist der Plan ok ganz ehrlich ich traur dich sogar einfach damit du nach hause kommst so ich würde mal ähm zerstören einfach es geht um der GDI einfach so einen kleinen Verteil zu verpassen weil ich war jetzt von denen ähm von den Screens die greifen uns ja von Anfang an schon an was die GDI eher weniger tut du hast du meine meine Trollernruhe du hast einen Mammutpanzer? komm mal hier runter bitte ich arbeite allein der Scheintrück wird funktionieren hol dir mal bitte den Bauhof ganz schnell ja und dann hoffe ich mal dass die GDI und sich angreift ansonsten weiß ich nämlich nicht weiter also ich weiß schon weiter aber ich glaube das der erste Alien Kommandozentrale erobert Heimdienstdaten aktualisiert und dich bring jetzt erstmal nach hause was gibt es? und das nächste wäre dann hier oben ähm ich bräuchte mal ein paar Shadows die mir hier oben mal ein bisschen ein bisschen aufklären lautlos feindlich ein und unser Boot hörbar der war auch ganz nett ich hoffe ich mach das jetzt richtiger komm mit hoch behält man mit einfach mit bei der Infanterie ist ja irgendwas ekelhaftes sei mal wird es wieder herkommen? hat jemand dir befohlen dass du öffnen sollst? ähm wo ist denn der? ähm dich brauche ich ganz schnell hier oben ich kenne den Weg ich kenne den Weg ich bin allzeit bereit er hat doch hier oben noch einen hier ist der ähm da ist er hol dir mal bitte die Kommandozentrale so schnell wie es geht bitte hallo? oh nein 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 ok ich weiß was ja jawoll ah wir haben gesiegt ich hab's geklaut ach zuallererst Raffinerien ganz wichtig und Mädel du kommst mal hier runter so ich hoffe dass die GDI jetzt nicht sagt auch die haben uns jetzt zu schön geholfen die tun wir jetzt mal überrennen ey ich hoffe das nicht das wär erst das wär ein bisschen mies das wär ein bisschen sehr mies sehr schön hab ich auch nicht noch einen Saboteur machen wir uns an die Arbeit kurzer Test greift er mich an feindliche Einheiten in Sicht wie sie meinen schlägt das aus ne sehr schön sehr gut manchmal muss man halt ein bisschen ähm ein bisschen kredi sein bau abgeschlossen und und wegen dem der GDI da lass ich mir noch was einfallen und wenn's ne superwaffe ist oder zwei ach nee wir können ja haben aber nur eine hehehe stimmt aber ja was komm mal hier runter das sieht so schön aus hier unten ähm ich hätte ganz gerne noch eine Raffinerie und du reparierst dich auch mal abgeschlossen Reparatur läuft neue Bauoption neues Bonus so ich hätte ganz gerne erreicht dich und so von dem Fall der Fälle dass die herkommen abgeschlossen wir sind mal lieb das musste ich auch mal ohne Defensivgebäude äh 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 spielen geschlossen ungeeigneter Bauplatz bemerke ich grad weil naja sobald wir die bauen greifen die uns ja an ne ich hätte ganz gerne ein paar Avatare Mensch na gut ich hab nie die wir ich warte ein paar Schlachtschiffe bauen müssen also ähm 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 also die Flugeinheiten der Aliens einfach weil naja ich es halt einfach brauche eigentlich die kann ich nicht so sehr schön oh die Dinger kann ich auch schon bauen sehr schön wir werden wir haben jetzt Tiberium ohne Ende ähm Technologie Assembler ich hätte wir kommen bauen was ne das wird schon gebaut gut dann hätte ich ganz gern ähm das Portal baut 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 das ist halt eben so eine der Steigen für den Aliens baut 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 Und wegen der GDI, dann muss ich mir was einfallen lassen, wenn ich hier das gleiche Ecke will. Ich glaube, ich werde sie, glaube ich, einfach überrennen. Ein Poté war es so ein Schlachtschiff und er gebe ihm. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Machst du meinen, würde ich den vielleicht bauen? Naja, ich weiß es noch nicht. Stasse kann man bitte bauen und den Signaltransmitter. Und bitte sämtliche Technologien mitnehmen, weil man braucht es halt einfach. So eine Stasse-Kamera hätte ich ganz gerne. Nerven-Sentrum wird gerade gebaut, ne? Ich würde mal abspeichern. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ich bin gerade ein bisschen happy. Und ich würde jetzt mal sagen, ich baue erstmal das Ding. Das Spaltgenerator. Abgeschlossen. Und mal gucken, ob die dann darauf reagieren. Großartig. Wenn nicht, dann lasse ich ihn erstmal da. So, Gravitationsstabilisation brauche ich noch, ne? Apropos, du kannst mal rüberkommen zum Reparieren. Merke ich gerade. Und wir warten im Mund gegen das Tiberium, ne? Kann ich die Chinesis? Ich werde dich wahrscheinlich üben bauen müssen. Und ich würde mich aber an der Stelle erstmal bedanken für's zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.